Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind hier in Nordmar, haben in der letzten Folge das eine Ahnengrab hier, sage ich jetzt mal, erledigt, erfüllt. So rein theoretisch müssten wir hier eigentlich gar nicht mehr wiederkommen. Glaube ich, oder? Daran würde ich das vielleicht einmal speichern, wir haben das mit denen erfüllt. Und, äh, warte mal, was habe ich eigentlich hier für Sachen? Dunkles Snapperleder, Bisonfell haben wir 14. Nee, äh, hier. Ähm. So, äh. Käthe braucht zwölf Bisonfälle. Käthe, okay. Wir haben mehr Bisonfälle, als wir brauchen. Das ist nun mal nice. Wolfsclan ist in diese Richtung. Ich glaube, wir müssen über die Brücke. So, und ich höre die ganze Zeit Wölfe. Da auch. Da sind welche. Ich mag die Eiswölfe irgendwie gar nicht. So, äh, nicht runterfallen. Da ist noch eine Säbelzahnkatze. Apropos Säbelzahnkatze. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Äh, die macht erahnen. Zehn Säbelzähne für live. Wie viele Säbelzähne haben wir? Mikrozahn, Schattenläufer, Hörner, Wildschweinhauer, Trollhorn. Hier, 25. Hätten wir auch eigentlich alles. Also, wir könnten rein theoretisch einmal, äh, in jede Siedlung hier in Nordmar hingehen. Ich glaube, ich habe da unten, äh, ein Eisbohlen gehört. So, ich würde mir jetzt noch mal ein Energy gunnen. So. Nicht nur im Game, sondern auch, äh, in Real Life. So. So. Und dann glaube ich über die Brücke. Wolfsclan. War doch das, wo wir hinwollten, ne? Wolfsclan zuerst. Hier, äh, mit den... Nee, ich muss am Holz, äh, Pellerlager noch ein paar Säbelzahn-Tiger töten. So, Wolfsclan, die Richtung. Da haben wir schon die Straße. Also, das sieht für mich auf jeden Fall nach der Straße aus. Eih, da kommt schon ein Kätzchen. Vielleicht noch mal kurz was snacken. Wenn der von hier noch im Weg ist. Da. 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 Ja. Sauber gelaufen auf jeden Fall. Wir sind gut. Ja, äh, da brauchen wir noch mal ein Stück. So, die Dose ist leer. Zum Glück habe ich hier noch eine Dose. Und, so, noch mal vielleicht. Und dann jetzt speichern. Würde ich sagen. Ah, hör auf, so rucheln. Okay, jetzt haben wir ein Level ab. Okay, ähm, ich glaube, ich fress mich damit jetzt erstmal lieber voll. Da ist schon ein Volt-Klan. Okay. Dann schauen wir gleich, wie wir das mit den, äh, anderen Säbelzahntiegern da am, Dingens, am Holzfelderlager machen. Ich glaube, ich habe da noch ein gesehen. Noch ein Kätzchen. Ja, da vorne ist noch einer. Und Wölfe. Natürlich Wölfe. Was denn auch sonst? Hier wird einem nichts leicht gemacht, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Vielleicht einfach, weil wir auch sehr lange nicht mehr hier waren. Ne, ist nur einer. Okay, erst mal hier hin. Ach, die da oben waren, dass ich gehört habe, glaube ich. So, die Kriegerin. Genau, der war das. Garik. Äh, Gunnar? Kämpfer? Corona? Komm mit mir, könnte ich ihm sagen. Äh, Blune? Bist du auf der Suche nach Larsson? Er ist nicht hier. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich muss mich jetzt auch noch um die Schmiede kümmern, als ob ich sonst schon genug zu tun hätte. Kannst du denn schmieden? Ich bin zwar kein Meisterschmied, aber ein paar gerade klingen kriege ich auch noch hin. Willst du was kaufen? Äh, wo finde ich Larsson? Wo finde ich Larsson? Er ist nach Norden, in die Berge. Er vermutet dort eine reiche Erzader. Ähm, zeig mir deine Ware. Okay, ähm. Reitschwert, die Dinger. Wer hat aber gut Geld. So, die Knüppel kann ich ihm andrehen. Wolfsreißer. Dann die hier. Die Bluternte wollten wir behalten. Hier, äh, Grundschild. Hab genutzt. So, die Dinger. Dann ein Stärkere. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben genug Stärke. Schnaps haben wir auch mehr als genug, aber ich behalte das erst einmal. So, warte mal. Helm, äh. Warte. Der Hörnerhelm? Aber... Der hier ist besser als das da? Dann behalten wir den. Hier nochmal plus Stärke. Was macht das? Schutz vor Eis. Ähm. Huga? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Nein. Warum nicht? Gut, das kann man nicht sehen. Ähm. Wobaketil noch mal. Gunnar, Chibama schon. Kämpfer, Kämpfer. Corona hat man schon, glaube ich. Jäger, Jäger. Ah, Bogir. Bringen wir was über die Jagd bei. Wie werde ich Meisterschütze mit dem Bogen? 25 lang? Ja, komm. Wie werde ich ein Meisterschützer? Der Bogen muss ein Teil von dir werden. Dein verlängerter Arm. Finde einen Rhythmus und folge ihm. Wenn dein Verstand, dein Herz und deine Atmung diesem Rhythmus folgen, werden deine Pfeile ihr Ziel von alleine finden. Okay. 13 Punkte haben wir noch. Wald werde, nehme ich mal mit. Abcoco haben wir wieder irgendwelche permanenten Dinger hier. Ausdauer plus 5. Die Lebenserung gibt es 7. 25. Am besten heiß ich da raus. Kann dir doch egal sein. Warte mal, da habe ich was gesehen. Wir haben ein Teleforshang. Hier sind wir. Kämpfer. 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 Ich weiß mal. Ich weiß. So. Was du, Käthiel? Grimm. Anerwarte. Duidenschein des Wolfers töten. Okay. Hier war nicht Käthiel. Falsche Ortschaft. So. Ich würde mich hier mal schlafen legen. Bis zum nächsten Morgen. Damit es wieder hell ist. Und Lars müssen wir finden. Zusammenkraut nehmen wir auch mal mit. Was kann denn schon groß passieren? Äh. Falsch abgebogen irgendwo. So. Richtig. Aber trotzdem geht das nicht so weit. Okay. Den Hetzer müssen wir finden. Und äh. Lassen jetzt. Und halt unten die Säbelzahnkatzen bei den Dingens. Bei den Holzfällern. Müssen wir auch noch erledigen. Genau. Hier waren die Holzfäller. Wo waren die, äh. Holzfäller. Corbin? Holzfäller. Holzfäller. Wo meinten die, seien die Säbelzahnkatzen? Hier irgendwo? Das sind Steine. Und Goblins. Da. 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 So, komm. So, alle erledigt. So. Auf alle mal gelootet. Aber ich höre hier noch irgendwo was anderes. Da. Und hier auch. Ähm. Ich müsste vielleicht einmal kurz speichern. Nachdem ich mich aufgeladen habe. Okay, das werde ich nicht überlegen. So, einmal kurz. Äh, der ist immer noch hinter mir, ja? Wenn ich jetzt einfach kurz hier hingehe und auflade. Dann will ich mich doch verarschen. Äh. Ich glaube, den kann ich nicht schaffen. Wie weit hinter mir ist der? Da ist er schon wieder. Ah. Okay, jetzt haben wir sie. Rufen Wolf-Clan, rufen Nordmar. Hat sich auch verbessert. Perfekt. Dann sagen wir denen mal Bescheid. So, Corwin. Äh, ich habe die Säbelzähne getötet. Ich habe die Säbelzähne getötet. Das wird die Jungs freuen. Es arbeitet sich leichter, wenn man nicht ständig auf seinen Rücken achten muss. Geh zur Rune im Dorf. Er soll dir eine Belohnung geben. Okay, machen wir. Okay. Vor allem, ich brauche wieder Heiltränke. Wird auch langsam wichtig, dass wir die wiederholen. So, Rune. Rune. So, Rune. Ich habe zwei Säbelzähne erlegt. Ich soll mir hier eine Belohnung abholen. Ich habe ein paar Heiltränke und ein paar Mana-Tränke. Wir haben sie beim Kloster eingetauscht. Was willst du haben? Oder doch lieber Gold? Äh, gib mir Heiltränke. Gib mir Heiltränke. Eine gute Wahl. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Heiltränke hat er nicht. Okay, schade. So, aber das speichern wir. Ist dann auch umso besser, wenn wir wieder mehr Heiltränke haben. So, jetzt nochmal gucken. Töte den weißen Herzab. Grimm, äh, oder den Ruinstein des Wolfes. Es gibt viele Namen für Menschen wie mich. Die meisten nennen uns Reiden, aber kein Name kann mir das. Äh. So. Ja, der Sieg, äh, den Headsat. Ah, okay. Töte den weißen Herzab. Er ist unser Westjäger, aber er sitzt nur noch vor seiner Hütte und Blästrübe. Kein Mensch weiß, was er hat. So, okay. Ich bin alt und müde. Ich spüre, dass er gekommen ist. Äh, geht's ein bisschen weniger. Genau, ist das Zeit für die letzte Jagd. Letztes Jahr, was meinst du damit? Mein Zeit ist, sagt Traum, ich werde bald sterben. Warum solltest du? Ich bin Ruid und Jäger und ich spüre es. Ich kenne die Anspannung während der Pirsch und berauschende Gefühl, wenn die Beute gestellt ist. Aber jetzt bin ich satt und müde. Die Pirsch ist anstrengend. Ähm. Ich habe den weißen Hetzer besiegst. Seitdem bin ich kein einfacher Jäger mehr. Teilt von mir das Wolf. Er hat mich zu dem gemacht. Ich werde in Hessen. Viel Glück, der Pauli. Sonst wirst du schneller zu Beute als die Diebe. Wo bin ich denn? Ich führe, dass er noch weit entfernt ist. Weit im Norden. Wenn du wühlig bist, wirst du ihm begegnen. Im Norden. Wahrscheinlich da, wo Lars noch ist. Ja, müssen wir den Kompass wieder benutzen, ne? Um den Weg nach Norden zu finden. Apropos Norden. Ah, ich finde es doof, dass man hier die Karte schlecht reinzoomen kann. Aber im Norden ist, äh, der Hammerclan. Da müssen wir am Hammerclan vorbei. Und wenn wir schon beim Hammerclan wären, genau, da können wir die ganzen Quests da abgeben, machen und so. Hier haben wir dann nur noch die Quests mit dem Hetzer. Vielleicht noch mal kurz was snacken. Ja, aber Gold brauchen wir echt nicht mehr. Wir haben viel zu viel schon davon. Was soll ich damit machen? Außer irgendeinen Scheiß kaufen. Komm, ich mach die fertig. Wehe, ihr habt einen Schamanen. Ich bin von euch kommen hier noch. Nein, kommt noch einer. So, jetzt muss das aber zu Ende sein mit denen, oder? Ach so, okay. Aber komm, wir können mal das, was wir haben, mal brutzeln. Wir haben hier 17 rohes Fleisch und 8 rohe Fleischwanz. Das können wir auch noch mal speichern. Und wie viel bräuchten wir für die nächste Stufe? Knapp 30.000. Okay, mehr sind hier nicht. Warte mal. Den hab ich vergessen. Zwei Silberpokale. Wolfs Clan. Nee, äh, Hammerclan suchen. Da oben. Okay, von hier komm ich da nicht hin. Wer wurde hier eigentlich nochmal beerdigt? Stand doch da irgendwie? Nö. Äh, Cut verlassen in Ruhe. So, aber die hauen wir kaputt. Was ist mit dem jetzt? Was ist mit dem jetzt? Ähm. Da. So, will noch irgendjemand spressen? Nö. Ach so, da beim Morgentown. So, Knüppel nehmen wir wieder mit. Das hier. Das. Einmal speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich jetzt kaputt machen werden. Da drudelt er. Da. 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 Äh. Kommen die hier hoch? Okay, hier kommen die nicht hoch. Da. 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 Ähm. Komm, die essen nochmal ein paar Pflänzchen. Da. So, ein noch. Und speichern. Das sind ein bisschen viele. Kurz nochmal gucken auf die Map. Da will ich hin. Jetzt muss ich dann Wölfen halt vorbei. Ohne, dass die mich jetzt angreifen. Dann gegen Rudel Eiswölfe habe ich nicht so hohe Chancen. Die liegen ja immer noch hier. Äh. Äh. Robolt. Neffin. Hatten wir nix. Okay. So. Äh. Für Reto. Hatten wir auch nichts. Mord. Jäger. Jäger. Ich weiß, ob Töter, Jäger. Ob Töter, Ob Töter, Kämpfer, Kämpfer. Das hätte er besser. die waren dann wahrscheinlich alle oben jetzt richtig die sind für die jenseits best habe also die auf den dingens und es kommt jetzt war jäger jäger, kämpfer, kämpfer, jäger, kämpfer, kämpfer, jäger, hier ist niemand kämpfer, kämpfer, kämpfer stena, bringen wir was über das schmieden bei zeig mir deine ware ja was hat er hier? er hat Zweihänder, Alvaster, also Breitschwerter jäger, Orktöter, kämpfer hatte ich ich dachte ich hatte für zena eine rüstung jäger, kämpfer, jäger, hatte ich die nicht hab ich aus Veril verkauft vielleicht? ne, kann man nicht Orktöter Kämpfer, Kämpfer Kämpfer, Orktöter U-Golf hier sind die Zutage so, jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben äh, gib mir den Schnaps gib mir den Schnaps gib mir den Schnaps du hast die Konstitution eines Wollbisons wenn du willst, geh ich mit dir auf die Orkjagd hier, du kannst das sicher besser gebrauchen als ich Rezept Stollengrund äh, ne lassen wir mal äh, Jäger Orktöter Orktöter Kämpfer Kämpfer Jäger Tjalf Kämpfer Orktöter Orktöter warte mal äh, Stainers Rüstung ich will ne Rüstung für mich nicht gut, das kostet 100 Esbrocken gute Ware hat ihr im Kreis also, äh, Kämpfer braucht zu ist er in der Mine unten? der Käthiel wo war er nochmal? ich hab total vergessen wo er war ich hab total ich hab total auch mal gucken habe ich überhaupt 100 Erz man schätzt 62 nein, haben wir nicht es gibt aber wieder ich weiß trotzdem die sensor beobachtet ich war hier kämpfer jäger 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 dass sie die toten herumgehen lassen oder rumhängen und anstatt hier sauber zu machen bin ich auch irgendwie komisch jäger kämpfer aber ich suche kirti man muss eben aufpassen was man so um erzählt jäger krieger warst du kethil bitte nein schmied 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 ja wo war zum teufel nochmal kethil einige dinge werden sich niemals ändern war der jetzt noch weiter hinten noch ein jäger orgtöter orgtöter schmied schmied ne glaube ich weiter hier hinten gab sie nicht hier war schon keiner mehr von denen wo war kethil äh kethil braucht zehn bison fälle irgendwer da kann man wohl sagen die orks bringen alles durcheinander ich habe beim wolfsklan eine ladung fälle bestellt wofür stänger braucht rohstoff für eine rüstung was für fälle bison fälle schweres ah warte der war der war woanders der kethil der war nicht hier der war bei diesem ein lager ähm bisschen weiter außerhalb war apropos kann ich hier eben was kochen habe ich hier rezepte die zutaten yolk einen Topf kann ich machen aber nur einen dazu fehlen mir die zutaten ok dafür fehlt mir milch so noch mal ein energy und wieder vollgas ja ich würde auf jeden fall gerne die ganzen quests hier jetzt abgeschlossen haben zumindest die die noch möglich sind abzuschließen so das heißt dann hier erstmal runter wieder und dann den weg suchen wo die ihren lager haben ich glaube von hier kam ich ja so wo kommst du her so wo kommst du her da jetzt ganz äh das wird zum wolfs clan zum hammer clan mal alter ich bin nur wölfe und säbelzahnkatzen ach ach hier sind wir jetzt wieder hammer clan wolfs clan ich laufe die ganze zeit im kreis ich laufe die ganze zeit im kreis ich laufe die ganze zeit im kreis eigentlich müsste ich richtung süden in richtung wolfs clan erstmal vielleicht hier hoch verstecktes erd schreis ich schreis du 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 rennen da dürfte ich jetzt nicht runter kommen oder so jetzt sind sie alle erledigt kommen lassen wir weiter hier war das versteckte erzahn liegt auch ein bisschen herzungen kommen die bauern auch mal alle gleich ab und die waldbären nehmen wir mit ja schwert und schild sind erst mal wieder deaktiviert natürlich beim abbauen so viel erz geschürft so noch eine erzader auch wieder alles mitnehmen ich gucke mal ob da im bus noch ihm jeweils da oben liegt da ist nichts mehr zu holen nicht da ist nichts mehr zu holen ok dann nicht wie viel haben wir jetzt ein magischer herz 79 ok den 100 kommen wir immer näher ach so das war ein hase ich dachte schon so aber wo genau war geht hier also wo war noch mal der ausgang oder eingang hier hin wo wir käte gefunden hatten so eigentlich hier irgendwo so ich trinke noch mal ein energy und renne noch mal los da liegt ein ripper ripper hey mein kleiner die lass ich mal in Ruhe ich glaub hier hinten war das irgendwo ne nicht zu nah an die Wölfe erfahrung noch mal plus 50 hä wofür ah hör auf zu ruckeln naja jetzt werden wir wo hatten wir wo hatten wir Ketil gefunden da ist auch noch mal Eisgebiet aber hier waren wir glaube ich noch gar nicht oder Holzklan das kommt mir das jetzt nicht bekannt vor das da hinten wieder schon da da alter wo kommst du denn her da heilwurzel knüppel Wolfskraut ich hör hier noch mehr ripper das heißt ich spreche einmal auch wenn ich jetzt angegriffen werde da 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 so so aber ernsthaft wo hatten wir Ketil bekommen war das vielleicht hier oben dass und das also von noch ein ripper zwei ripper so und ich mache auch noch so und hier aber ernsthaft wo war der typ noch mal aber hier waren wir bisher noch gar nicht gehört das hier noch zu nordmann oder okay das ist schon die grenze von warrand warrand von nordmann und mutaner hier oben gibt es aber nichts egal dann gehen wir vielleicht mal weiter richtung euer clan und den anderen clan warte mal ich höre ich jetzt immer noch irgendwas und was ist das hier eigentlich für ein weg noch ein rei wurzel perfekt okay zuerst ein schamanen so ein schamane wo kommst du her ist hier noch einer irgendwo irgendwie irgendwann sonnkraut perfekt auch wenn ich es nicht brauche noch eine erzader und den dann machen wir auch gleich mal fertig so und speichern dann okay der haut wie gleich zu plumpen So, komm ich erstmal wat? Und... So. Das müsste reichen. Na, aber ernsthaft, wo war Kethil? Hier sind wir wieder bei den Holzpellern, aber... Die bringen wir jetzt nicht... Also... Zu Kethil. Und warte mal. Wir haben auch schon mittlerweile... Drei der sechs Steine. Waren noch, glaube ich, sechs. Hier ist nur die Frage, wo sind... Na, einer ist noch der Löwenstein in Varan. Da müssten wir, glaube ich, den einen Typ für erledigen oder so. Der eigentlich ein Verbündeter war. Ich glaube, ich habe... Ich habe die gefunden. Dach! 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 Auge. Jäger. 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 Jorn. Jenska. List. Waren. Bring mir was über die Jagd bei. Ob Jäger. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Mist. Zwei Punkte wahrscheinlich. Hä? Wo war dann Kethil? Zeig mir deine Ware. So. Kann ich, äh... Erfahrungspunkte bei ihm kaufen? Ein Hammer. Kann weg. Habe ich was, was ich nicht brauche? Hier würde ich eher behalten. So, das kann weg. Die Dinger können weg. Die können weg. Das kann weg. Kommt, der Hörnerhelm kann auch dann weg. Okay, das wird noch eine lange Suche. Aber ich würde sagen, ihr macht nicht hier dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao! Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020